Hunderte, tausende von Frauen lagen mir zu Füßen und in meinem Bett und an anderen ausgewählten Orten der praktischen Romantik. Ich hab die Faxen endgültig dicke. Der alte Saftsack und seine Affären sind mir lange genug auf den Zeiger gegangen. Hallo, Prometheus! Ich würd dich ja umarmen. Nein! Ich befürchte, dass deine Frau einen Betrug vorhat. An mir? Wenn Zeus die Konsequenzen seiner Taten begreifen soll, dann spricht er am besten mal mit. Das war das Hades. Der ruft mir hier den finsteren Abgrund. Ich bin der Herr in meinem Haus und über alle Wänden der Welt. Wir haben uns nicht erkannt, du leere Schmuck am Vorrat hast. Die wird an allem so ein Unterleben. Wenn du ihn gebracht hast, du ein Mied treibende Ehe. Ich bin das Scheißfamilie. Offenbar keine so gute Idee. Ich weiß, dass ich gehe. Mia!